Prozent neuen Map Vorstellungen mit mir wieder an ja heute zeige ich euch die Meld Pizzas blieb Formen um das habe ich vergessen Formen z-Bling in bei der Schuhe steht nichts wenn ihr diesen Button drückt dann geht's los, dann werde ich da gespawnt, zu zweit ist nötig besser und wenn man diese diese Blöcke hier ab aus durch die Redstone und ja ähm, Holz oder Glas und so dann passieren halt Effekte bei einem oder bei dem Gegner und die zeige ich euch alle heute ja ähm, also der Unterbereich ist einfach nur man muss halt versuchen den anderen Gegner runterzuschlagen und dann kommt hier am Rand und äh so ein Tickst zum Bord wohl steht wie oft jeder gewonnen hat ja, äh also ich gehe mal kurz in den Game Out Null und erst mal eine Spitzacke na ich hab den bisschen ungenannt, Pizzaschneider schneide die Pizza damit klein, ja also hier ist der Block bringt einem Schnelligkeit für fünf Sekunden ja, ich kann halt schneller laufen, ne Schnelligkeit 2, ui 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 dann äh dieser Titel Block bringt Blindheit beim Feind für sieben Sekunden der zu Gott schät hier uart und lief äh sieben Sekunden ihr der, den finde ich eigentlich am besten, der bringt Unsichtbarkeit für zehn Sekunden ich bin unsichtbar und gleich nicht mehr äh ich weiß nicht, kein Block, keine Ahnung was dieses Holz bringt ich hab's einfach keinen Plan ach, Resistenz okay äh äh der ist eigentlich auch ganz okay der bringt ich hab schon wieder Resistenz der bringt äh langsamer Langsamkeit beim Gegner keine Ahnung wie lange, aber er bringt langsamkeit beim Feind dieser Goldblock hier der ist da eine Mitte wo die Spinnen wehen sind äh das heißt wenn man die Spinnen wehen abgebaut hat das nach was nach einer Ewigkeit dauern könnte der nach Spitzacke obwohl die Effizienz 4 hat und halbbar xl äh löscht den ganzen Spielstand also löscht den ganzen Spielstand also die Punkte vom Gegner und selber ja johle 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 ich kann gerne nochmal muss man halt warten zu zweit wird ähm wird das auch neu generiert aber wenn ich irgendwas kaputt mache dann bleibt das kaputt ich hab da ohne mich so chill weggemacht da steht endlich Pizzas Leaf 3 3 johle 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 8 Sekunden 9 Sekunden 3 2 1 go ein dr etwas da und bis nun hier die quatschischen boden hier also leitet den Boden hier die pornografische Abort ich ja da ja der kürzer hat Leute ja das war's und wieder mit So, vorstellen wir schön, wenn ihr liked und mir in die Kommentare schreibt.